Hallo, wir sind Valeria und Anastasia. Es ist uns eine große Freude, herzliche Glückwünsche der Alpen-Adria-Universität an unsere Alma-Mate-Kerson-Staatsuniversität zu ihrem 105-jährigen Jubiläum zu senden. Es ist bemerkenswert, dass unsere Universität auch unter diesen harten Bedienungen aufgrund eines ausgewachsenen Krieges in der Lage ist, zu arbeiten und ihre Studenten zu unterstützen. Wir sind unserer Universität dankbar, dass sie uns die Möglichkeit gibt, in Österreich zu studieren und unser Deutsch zu verbessern. Wir sind stolz darauf, Studenten der Kerson-Staatsuniversität zu sein und sie auf internationaler Ebene vertreten zu dürfen. Wir wünschen Ihnen alles Gute für eine noch bessere Zukunft.